Der Turm ist dann 180 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 300. Wir machen dann also nachher den Stopp von hier. Der Turm ist dann 18 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 30. Der Turm ist dann 18 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 30. Der Turm ist dann 18 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 30. Der Turm ist dann 18 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 30. Der Turm ist dann 18 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 30. Der Turm ist dann 18 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 30. Der Turm ist dann 18 Jahre alt und der Tempelzirk ungefähr 30. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020